Zum ersten Mal in seiner 20-jährigen Herrschaft in der Türkei wird Recep Tayyip Erdogan von einer vereinigten Opposition wirklich herausgefordert. Diese präsentiert mit Kemal Kilic Daroglu, einen aussichtsreichen Kandidaten. Im Wahlkampf erklärte Kilic Daroglu, er wolle das Vertrauen der EU und des Westens in die Türkei wiederherstellen. Im Europäischen Parlament gilt die Wahl als kritischer Meilenstein. Wenn die Entwicklung immer noch für die Demokratie problematisch ist, für die Räule der Wahl, aber auch die aggressivität vis-a-vis EU-neigbörer, wie Grieche und Cyprus, wird weitergehen. Wir kommen in eine Phase, in der die Turchie und die EU-Division wird irreversible. Eine Situation wäre eine Chance, die Beziehungen zwischen der EU und Ankara neu zu gestalten. There are three key promises by the opposition that make me think that way. The first one is re-demokratisation and re-institutionalisation, so that Turkey will go back to, Turkey will become once again a democracy, will re-establish rule of law and will try to provide basic rights and freedoms for everyone. Secondly, they are claiming that they are going to reclaim Turkey's Western vocation. And thirdly, and I think this is also very important for Turkey's relations, they will start playing a constructive role in regional affairs, in wider Europe and in a multilateral stance. Ankara's Beziehungen zu den NATO-Verbündeten haben sich ebenfalls verschlechtert. Grund ist vor allem die Annäherung der Türkei an Russland, sowie die Beteiligung Ankara's an den Konflikten in Libyen und Syrien. Und in Syrien, in Syrien, in Syrien, in Syrien, in Syrien, in Syrien, with the West. But at the same time, Turkey, some of the features of today's Turkey, in particular, the fact that it has increased its military power, that will not decrease, it has more political influence that may remain, and also you have other features, like the nuclear power plant, electricity plant, which is built and owned and operated by Russia. It's not online yet, but it will. That is not going to go away. So whoever comes into power will have to take into account this. Im östlichen Mittelmeerraum werden sich die nationalen Strategien nicht über Nacht ändern, aber der Dialog könnte die Rhetorik der Drohungen ersetzen.